Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen hier von der Berlin BrettspielCon 2018 und jetzt haben wir NSV zu Gast. Hallo. Danke. Muss man ja sagen, NSV auch so ein BerlinCon-Veteran der ersten Stunde. Ja, durchaus. Also ich war jetzt glaube ich auch schon dreimal da. Dreimal da. Sehr froh. Danke, danke. Sehr schön. Und ja, ihr habt eure aktuellen Sachen hier mitgebracht. Natürlich The Mind schon wieder nominiert mit einem kleinen Kappenspiel. Das dritte Mal jetzt. Zum Spiel des Jahres natürlich. Also wirklich eine gute Quote würde ich sagen. Ja, für so einen kleinen Verlag auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und ja, wir haben das Spiel natürlich auch im Kanal schon vorgestellt, klar. Aber ja, ist natürlich immer noch ganz heiß. Ist auch glaube ich das Neueste von den Sachen, die hier liegen? Das Allerneuste? Das Illusion ist glaube ich auch. Gleich alt sozusagen. Genau. Ja. Und vielleicht kannst du hier nur sagen, wie kommt es an? Und hier habt ihr wahrscheinlich fleißig auch hier am Spielen. Genau. Also es kommt sehr gut an. Die Leute reagieren schon auch ein bisschen unterschiedlich, weil das ja so ein sehr ungewöhnliches Konzept ist. Was sagt ihr denn bei den Demo-Runden? Wie es geht? Was ihr machen solltet? Sagt ihr nichts? Sagt ihr, okay, probiert mal einfach? Eigentlich ja. Also man schubst die Leute so ein bisschen ins kalte Wasser, weil sie können, also wenn du es erklärst, können sie es sich oft nicht vorstellen, wie es funktioniert. Das merkst du dann immer so ein bisschen, so die Fragezeichen, so was soll ich machen? Und wenn man aber sagt, komm, spiel es einfach mal, dann siehst du es, dann funktioniert das auch gut. Alles klar. Und hier haben wir noch Button Datten von Claude Weber. Ist ein Reprint sozusagen? Genau. Ist eine Neuauflage. Gab es mal in ganz groß. Ist jetzt schön klein, dass man es mitnehmen kann. Und ist halt ein Partyspiel. Hier, man sieht, das ist das hier. Kannst du kurz erklären, was man da macht? Genau. Also normalerweise ist es so, dass man im Team erklärt. Also wir beide müssten jetzt Begriff 1 einer Karte erklären. Da steht jetzt Billard, weil ihr das nicht sehen könnt. Billard, Lokomotive, Schlips, Toilette. Also die Leute, ja, ein bisschen klein, aber es sind halt so verschiedene Begriffe. Genau. Und die müssen wir jetzt hier erklären. Genau. Wir müssten immer abwechselnd ein Teil legen. Das wäre sozusagen das Endbild eigentlich. Aber das Problem ist natürlich, dass du ein anderes Bild davon im Kopf hast als ich. Das heißt, du legst ein Teil, ich lege ein Teil. Und hinterher denken wir so, oh, was wird das? Und alle anderen müssen auch noch raten, was wir da tun. Okay, und das heißt, ein Teil bedeutet? Eins von diesen Holzteilen. Jeder von uns hat gleich viele Holzteile. Wir legen immer einen abwechselnd. Genau. Interessant. Okay. Ah, ja, verstehe. Wir dürfen uns natürlich nicht absprechen. Wir dürfen vorher nicht sagen, ah, komm, wir machen den Tisch und legen da ein paar Kugeln drauf oder so. Sondern du fängst halt zum Beispiel an, legst ein Teil und ich denke dann, oh ja, interessant. Okay, das wird das Köl. Und du denkst, okay, das ist die Umrandung. Also müssen wir uns da im Spiel sozusagen ohne Worte einigen, was wir tun. Sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich schon mal gleich interessant. Muss ich mal spielen, also habe ich nicht gespielt. Kann ja nicht angehen. Okay, und dann Illusion, haben wir schon gesagt, auch eigentlich neu. Genau. Haben wir jetzt auch noch tatsächlich nicht gemacht? Vielleicht könnte ich das hier, ne? Ja, genau. Kannst du nochmal kurz erklären, was da passiert so? Im Prinzip, für Leute, die Arno Dominic kennen, werden das Prinzip halt ein Stück weit wiedererkennen. Es geht halt im Prinzip um diese farbigen Karten und es wird jede Runde eine Farbe ausgesucht, mit der wir spielen. In dem Fall habe ich mal den roten Pfeil ausgesucht. Das heißt, unsere Aufgabe wäre, Karten in Rotanteilen aufsteigend hinzulegen. Das heißt, du wärst jetzt zum Beispiel dran und müsstest für diese Karte entscheiden, ist da mehr Rot drauf oder weniger Rot drauf auf den Karten, die da schon liegen. Würde ich auf jeden Fall sagen, hier, oder? Dann legst du es noch ein Stückchen daneben sozusagen. Oh, ja, okay. Genau, und dann wäre ich dran, ich könnte jetzt die Reihe akzeptieren und noch eine Karte dazulegen oder sagen, du hast dich geirrt und dann drehen wir um. Und dann steht auf der Rückseite drauf, wie viel Prozent der Karte in der Farbe sind. In dem Fall hättest du recht gehabt, weil die... 10 Prozent, 21 Prozent, ja. Genau, das heißt, du würdest den roten Pfeil als Punkt bekommen. Wir räumen die Karten weg und in der nächsten Runde geht es dann halt um Blau. Genau, und dann muss immer Blau aufsteigen. Müsste Blau aufsteigen, genau. Mehr sein oder weniger, ja. Und kann man auch da dazwischen liegen? Ja, natürlich. Du kannst auseinanderschieben, dazwischenlegen, an den Anfang legen, wie du denkst, dass das die Reihenfolge entsprechend wäre. Das spielt quasi ein bisschen damit, dass man halt auf den ersten Blick vielleicht denkt, ah, also das ist dann auch wirklich Illusion oder ist es einfach nur, das menschliche Gehirn ist da ein bisschen befordert? Also es sind natürlich sehr viele gleiche Prozentzahlen auch drin. Das heißt, es gibt häufiger mal zum Beispiel 7 Prozent bei Blau, damit du halt immer so ein bisschen denken musst, ist das jetzt mehr, ist das weniger? Und man sieht es halt auch oft wirklich nicht, weil man dann so denkt, naja, es könnte sein, aber auch nicht. Ja, ist halt eher ein kurzweiliges, kurzes Spiel und ist halt vom selben Autor, wie sie meint. Das finde ich sehr witzig, weil das sehr, sehr unterschiedliche Spiele sind halt. Natürlich, ne? Cool. Alles klar. Und natürlich habt ihr auch noch Würfelland. Ja. Habt ihr auch sozusagen, sozusagen, ja, der vom Andreas Spieß und Reinhard Staupe. Genau. Das haben wir auch gespielt. Ist auch, finde ich, sehr nett. Und funktioniert halt. Ich meine, es ist auch so, ne? Da denke ich immer so, wie viele solche Spiele kannst du ein geben mit farbigen Würfeln, die man einfach wirft. Ja. Aber... Wieder ein Prinzip, was funktioniert. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Ne, sehr, sehr schön. Und kann man alles, natürlich, kannst du schon so einen kleinen Ausblick geben, vielleicht so, was, kommt noch was in Essen von euch? Ja. Gibt es Dinge, über die man so spekulieren darf? Ja. Ein bisschen spekulieren darf, klar. Also es wird ein Würfelspiel geben und wir werden eine Kinderspielreihe bekommen. Oh, aha. Neuigkeiten, weil es war plötzlich Kinderspiel. Das hatte sie vorher gar nicht. Genau. Aber unser Redakteur, der Reinhard Staupe, ist ja eigentlich aus dem Kinderspielbereich groß und der hat jetzt zwei sehr schöne Kinderspiele, finde ich, gemacht und die werden in Essen rauskommen. Alles klar. Das muss man ja natürlich merken, so plötzlich bei NSV Kinderspiele zu finden. Ja, vielen Dank. Gerne. Für die gute Auswahl. Ja. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Das ist ja unser Sommerprogramm hier. Das heißt, ja, jeden Tag hier Videos von der Berlin Con, was es hier alles gab, bis zum nächsten Mal. Bitte dein. Tschüss. Tschüss. Tr salon. Tschüss. 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 T tratar das. musique jabbe. Tür. Vielen Dank.